Musik Willkommen im Weingut Helde in Jechtingen am sonnigen Kaiserstuhl. Ich bin Bioland Winzer seit mehreren Jahrzehnten. Wir pflegen unsere Weinberge besonders gut, denn durch die gut gepflegten Weinberge erhalten wir charakterstarke Weine. Wir haben drei Weinlinien. Die höchste Qualität ist unsere Emil-Gött-Linie. Unsere zweite Linie heißt handsortiert. Ihre Charakterstärke erhalten Sie durch die Ertragsreduzierung im Weinberg. Unsere dritte Weinlinie sind die traditionellen Weine. Das sind leichte, fruchtige Weine für den täglichen Genuss. Mein Highlight sind fast gelagerte Edelbrände. Durch die verschiedenen Holzfässer bekommen Sie eine unterschiedliche Farbe und eine ganz eigene Note. Außerdem machen wir noch besondere, sortenreine Winzer-Sekte. In unseren Weinbergen wächst aber nicht nur Wein. Durch die Begrünung aber auch Wild wachsen hier Kräuter, aus denen meine Frau Bernadette hervorragende Tees herstellt. Weinguthelde steht für ehrliche Naturweine. Das war schon immer so und wird auch so bleiben.